GAL, das Skigebiet mit vielen Möglichkeiten. Egal ob Familie, Anfänger oder auch anspruchsvolle Skifahrer, hier kommen alle auf ihre Kosten. Ob auf der 2,3 Kilometer langen Ski-Autobahn oder beim Nachtskifahren. GAL, das Skigebiet mit vielen Möglichkeiten, lässt Familien, Anfänger als auch anspruchsvolle Skifahrer voll auf ihre Kosten kommen. Besonders beliebt ist die 2,3 Kilometer lange Ski-Autobahn. Die flache Übungspiste mit maximal 15% Gefälle ist beliebt bei klein und groß und bietet ein besonderes Erlebnis. Als Familienskigebiet punkten die Gala-Lifte mit großzügigen Pauschalangeboten und jeder Menge Aktionen. Bestens präparierte Pisten, darunter eine abgegrenzte Trainingspiste, wo auch die Weltelite wie Marcel Hirscher und Co. trainiert, machen Skifahren in der GAL zu einem besonderen Erlebnis. Sollte man selbst nicht über passende Ausrüstung verfügen, so kann man sich vor Ort alles Notwendige ausleihen. Bei uns beginnen die Fahrzeuge bereits bei der Anreise. Von der Autobahnabfahrt geht es relativ flach ins Toll herein. Das ist ja auch wichtig, dass man ganz leicht ins Skigebiet kommt. Wir haben ein tolles Angebot, beginnend für die Kinder, für die Lernenden, aber auch für den Fortgeschrittenen und für den Experten. Das geht bis hin zum Rennlauf. Wir haben sehr hochkarätige Gäste bei uns, so wie Marcel Hirscher und Co., die haben bei uns schon trainiert. Das heißt, ein breites Spektrum. Und vor allem liegen wir geografisch in der Mitte von der Steiermark recht einfach zu erreichen. Besonders beliebt ist auch das Skifahren in der Nacht. In den geselligen Abre-Skihüten erwartet sie ein gemütlicher Ausklang, wo auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt wird. In der eigenen Skischule vermitteln bestens ausgebildete Skilehrer Kindern ab drei Jahren, wie man das Fahrzeugski richtig lenkt, Tempo und Richtung bestimmt und nebenbei so manche Tricks wie Sprünge einbaut. Skifahren in der GAL. Ohr vor Spitze.